Hahahaha 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 Hi, na, was geht Leute und Freunde, das letzte Video ist jetzt schon wieder eine Woche her und da ja wöchentlich neue Fails von Trimax rauskommen und ich wirklich angewiesen bin auf die Views, weil ich mir halt auch irgendwann ein Haus kaufen möchte, so wie Bibi Ja, äh Ja, willkommen zu einer neuen Folge Trimax Fails, I guess Leider Gottes habe ich heute nicht alleine aufnehmen können Erweif ist irgendwie in den Channel mit reingejoint Er hat auch direkt seine Ja, hat auch direkt seine Facecam mitgestartet, keine Ahnung ich komme mich nicht dagegen wehren Leute, also nehmen wir Lukas heute an der Stelle mit, Max, Grüße geht raus an den Kanal, Lost Moments, checkt den auf jeden Fall mal aus, wenn ihr regelmäßig Trimax Fails sehen wollt Ich muss das sagen, weil sonst darf ich dieses Video nicht monetarisieren Können wir, by the way, mal umstellen, dass du auch Daily Videos Trimax Fails hochlädst oder Ja, müssen wir nur gucken bis Lost Moments so weit ist dann bin ich da auf jeden Fall down. Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit einer Runde Fortnite Fails von Trimax Try not to laugh. Ich glaube, es wird wieder impossible werden Wir schauen, was uns da erwartet und danach habe ich noch ein richtig geiles Video, Lukas, für dich vorbereitet, weil du großer Fan warst von Trimax und habe ich hier ein Frisurenentwicklungsvideo von Trimax Das wird eine ganz wilde Nummer, ich würde sagen wir fangen aber erstmal hier mit ein paar Fortnets Fails an Let's go, der Hase Das ist Fail Das ist Fail Das Ich mach nie meine Flasche zu Ja, das kommt eine Fail-Compilation Der Deckel war zu Selber erkannt, selber erkannt auf jeden Fall Nicht schlecht, nicht schlecht Max Es ist auch so kacke, wenn wir einfach Livestream Weißt du, im YouTube-Video hätte ich es ausgeschnitten Aber jetzt ist es schon passiert Ja, aber er sieht es ein Wir müssen aber Wasser halten, als wären wir Arme Säcke Ja, ja, Max ja auch Ja, ja, ja Mit der Bandygun schießt er auch Oh, Digga Ey, ich hab den Ja, Mann, Digga Multikill Einfach mal die Enemies healen an der Stelle hier mit der Bandygun Max, absolutes Pegaplay Wirklich, geisteskrank Eins in den Chat Verballert, Digga Es soll sich doch heilen Oh mein Gott Mach raus in die Minigun Max, du machst die alle irre Aber okay, er hat auch eine Minigun dabei ja so Ja, aber trotzdem Digga, das ist ja wirklich dumm Okay Ja, ich hab einfach lange nicht mehr gezockt Kann man ganz klar so sagen Ja, ja klar, daran liegt es, Max Warte, Jump hätte ich hier Oh, mit Harmy, okay, auch ein starker Spieler Ja Ja Okay, Max, komm Bau das Jump Head Max, bitte nicht so bauen Max, wir bauen Max, wir bauen Max, wir bauen nicht so hoch Nope Äh, er bauen Er hat einfach gebaut, du dumm Digga Junge, Max Oh, er hat einen Kill gemacht, stark Geht schon wieder hier mit Re-Pass Ich weine sonst Hä, was Bisschen Metz, irgendwas Kleines wenig Wie viel hast du? 100, 100 nur Oh, Max, Achtung Und Max, Achtung Er wohnt eine Wand Er wohnt eine Wand Er wohnt eine Wand Er wohnt eine Wand An diesem Clip ist so viel verkehrt Erstmal lagen da Minis Zweitens hat er sich nicht eingebaut Und drittens Digga, also egal was für eine Frisur der hat Max, du musst irgendwas mit deinen Haaren machen Am besten machst du einfach eine Glatze Wirklich, Digga Ich fühle dich mit Latze und Bart Ich hab dir 5 Stunden vorher gesagt, du sollst Guck mal, wie auch grinst Das hat der Save extra gemacht Ja, ich glaube mittlerweile Mittlerweile denkt Max beim Spielen gar nicht mehr nach Er denkt einfach nicht mehr nach Er wusste, dass da auch Biggys liegen, deshalb Greeps Greeps Greeps? Oh nein Max Max Oh ne Max, alles gut Digga, das kann alles gut Was? Das war immer noch Das war immer noch mein Liebling Grappler Hä? Lukas? Ich hab keine Ahnung Wollt ihr ein Anime nachmachen? Diese Stimme? Ich kann's dir nicht sagen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht, ob Max überhaupt sowas versteht Oh, starkes Aim, ganz toll Die Hits waren... War nicht schlecht Ja Shotgun Genau Die braucht er nicht Ich kann die aber nicht spielen Das ist die Tag in lila Du hast eben eine blaue Hä? Das ist einfach selbe, Digga Du hast eine blaue Upgrade noch auf lila Nein, er kann die nicht spielen! Spielen! Ich schieße mit der anderen einfach kurz daneben Das ist doch dieselbe Was redest du? Oh nein Es ist... Die ist anders Die verhält sich irgendwie anders Nein Nein Vom... Vom... Alles so Oh, Junge Max Aber wir müssen mal... Digga Er hat gerade elf Kills Was ist denn da los? Ja, reingechatet irgendwas Keine Ahnung Max will sich umbringen zum Casten Okay Keiner bringt ihn um Ja, 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 ja Digga Max, alter Bau dich doch einfach hoch Ich wollte gerade sagen Da sind doch Paletten Da sind doch Paletten Ey, Junge ist der dumm Er baut sich... Ja Ja Digga Max Er wird gehealt Er wird gehealt Er wird gehealt Er wird gehealt Nope Finish mich Er lässt ihn warten Hier oben von einem Handlanger sterben Und mich dann runterfallen Und bin sofort tot Das funktioniert nicht Du bist doch genockt dann, oder? Ja Ja, wow Jetzt bin ich tot Aber nicht... Jetzt bin ich... Jetzt liege ich hier noch Digga, das ist doch klar Digga, das ist doch klar Man ist doch immer genockt, hä? Mach, mach, jetzt kommt wieder so eine Challenge Dann kommt er im Punto Ne, Multipla Multipla Der Fiat Multipla Da seh ich Max ja drin Als Familienvater Der muss das Fenster aufmachen Ich krieg hier keine Luft Das ist ja ganz ekelhaft Was ist das? Da krieg ich gar keinen Bock auf Sommer, Alter Ich komm an mein... Ich komm an mein Fenster hier nicht ran Das ist hinterm Schreibtisch Ja Warum so schmal? Ihr kennt mein Studio Deswegen hab ich mir hier provisurisch Aus einem, äh... Alter Max Slivki, schau sein Vater Lifehacks Leider Bügel Alter Alter Gebastelt? Ja Der ist doch stolz darauf Über meinen Schreibtisch Digga, das ist... Max Das ist nicht... Das ist nicht sein Ernst Den musst du in seinen Merch Shop reinpacken Digga Das... Digga Ey Max, ich schwör dir Wenn du damit eine Operation vollziehst Am lebenden Organ Bitte Baue mir Sachen Trimax der Bauhalter Jetzt klappt es nicht Pass auf, jetzt klappt es nicht Oh, es hat geklappt Ich muss mich nicht großartig bewegen Wow Wow Das ist dieser andere Fettsack-Moment Das ist dieser andere Fettsack-Moment Junge Du ist meine Fisch Du kannst das auch Was? Warum hier bei den Fisch-Skin? Wir spielen bei den Fisch-Skin Weil der verleiht uns extra Kraft Das stimmt mir, dass das keiner von euch Raketen hat Das kann ich euch irgendwie nicht glauben Ich habe sechs Raketen, Max Ja Ich werde sie dir nicht geben Hä? Hä? Geil Hier ist noch ein Hubschrauber bei uns Ey, das Tier sitzt auf meinem Bildschirm Was ist das? Achso, ein Rühleib Ich dachte, ein Tier in Fortnite greift dich an Es gibt doch keine Tiere in Fortnite Welches Tier in Fortnite soll ihn angreifen, Max? Deswegen komme ich die ganze Zeit und sage, zeig mal Ich habe das noch nie gesehen Zeig mal Ich greife ein Tier an, was du noch nie gesehen hast Ja, was ist das? Das ist zum Hubschrauber Wir müssen beide Kills machen Digga, ist dieser Junge dumm Oh, hier ist ordentlich was los Das sind Spieler, die sind echt Das sieht man Die haben Ja, Max, Dax Und Bots auch Meiner, Mann! Digga, die haben Skins, haben Bots auch Perfekt, Max Aber gut gespielt, wirklich Gut Out-Move-Worten bist du da Ja, Digga, das ist ein Twitch-Streamer Was ist das denn? Max Hä? Digga, wie er da immer baut Das ist so unlogisch teilweise, oder? Oh! Mach lieber krasse Moves Oh! Max, bitte, bitte Mach dich zu! Ich hab das Leben gerettet Ich hab kein Heel, geh weg, geh weg Ich hab kein Heel Ich hab kein Heel droppen Wie, du hast kein Heel? Du lobst die Gegner zu uns! Der hat doch gerade gesagt, ich kann dir Heel droppen Also Ja Max, stark Hat wieder gut geschaltet, der Junge Was macht ihr da? Hä? Hä, was ist hier mit den Hubschrauber los? Guck mal, guck mal den Hubschrauber Oh, der Boombo, ja Ey, nein Guck mal den Hubschrauber Wie so ein Kind Oh mein Gott, danke, ne? Er dreht den Hubschrauber bei euch nicht Nö Der da auf dem Feld schickt Hey, was ist denn hier mit den Leuten hier? Können wir mit den reden? Wo ist mein Push-to-Talk? Tess? U Wo ist mein Push-to-Talk? Z Hallo Hallo Oh, Junge Oh, Junge Alter Bitte Oh, geil Das muss der doch mit Absicht machen Gucken, ob mein Push-to-Talk auf Leerzeichen ist Der hat geguckt, ob sein Push-to-Talk auf der Leertaste ist Wahrscheinlich der Lukas Dieser Mann spielt Fortnite hauptberuflich Push-to-Talk-Button ist Hey Hey Wo ist der? Oh, wurde der Schwitzer getötet Digga, ich kann das nicht Oh, stark gebaut, Max Sehr stark Komm Uff Was macht der? Oh, Max Oh, ja, oh, ja Schön einbauen, Max Ja, schön Ja, sehr stark, Max Einfach spammen Er ist weg Oh mein Gott, wie gut Die anderen haben ihn gelasert Oh, nein Tschüss Tschüss Ah, jetzt macht er wieder hier Oh, das war Trimax Bis jetzt alle sagen Keine Ahnung, wie ist das passiert? Hm Da freut er sich Guck mal sein Gesicht, Alter Digga Ich will hören Ich hab' ich immer schon gesehen, der so glücklich aussieht Digga, das sieht einfach Also, no front, Max Aber das sieht wirklich nach einer geistigen Einschränkung aus, Digga No front Was? Ja, wir sind noch da Ja Oh nein Hab' ihr sich freuen? Digga, look, hat er die ganze Runde so gezittert What the f*** Die hätten einfach Max Die hätten einfach Max Ja Digga Der Fisch Ja, der Fisch hat irgendwie Junge, was ist da los? Digga Einfach KLS auf Kokain, Digga, der Fisch Der macht grad eine schwere Phase Hey, Junge, das gehen kann ich nicht mehr, nachdem wir zwei schon von Primax gezocken wollen, Digga Kann ich mehr, der will nicht, der will nicht Du hast mal zwei Augen geflogen, Digga Ach, scheiße Warum ist das so witzig? Leute, jetzt wird es nochmal ganz wild. Wir schauen uns nochmal ganz aus die Frisurentwicklung von diesem jungen Gott an. Let's go. Also, ob es da extra ein Video für geht? Es gibt extra ein Video dafür. 11 Sekunden, okay. Digga. Ey, weißt du, wie der aussieht? Wie so ein 4-27-Gleich-of-Glenz-Hock auf YouTube. Der gar nicht mehr rausgeht. Der sieht aus. Der sieht aus, wie so ein Typ, der am Kölner Hauptbahnhof eine Überlose spritzt. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Alter, Junge. Alter. Das war auch ganz wild. Das war eine ganz, ganz wilde Frisur. Dann auch noch mit Hemd, Digga. Digga, zurückentwickelt es. Alter. Was? Was? Digga. Ey, was denkt er sich morgens, wenn er seine Haare macht? Was denkt er sich? Gar nicht. Gar nicht. Das ist mein Heule, wo er einfach rein. Der muss sich einfach eine Glatze machen. Der muss sich eine Glatze machen. Glatze und Bart sehe ich bei ihm ja, ne? Links dieses Bild vorher, nachher. Dieses Bild, wenn deine Eltern sagen, lach mal. Dann immer so. Junge, wirklich. Ganz schlimm. Was ist das für ein Bart? Max! Alter. Aber sieht besser aus als eben, Digga. Ja, stimmt. Da war trotzdem immer noch schlimm. Immer noch schlimm. Leute, es tut mir leid. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ey, Max. Lukas. Lukas. Ich kann nicht wieder so gehen, Digga. Was ist denn? Max ist einfach so ein Typ, der sich die Seiten... Max gelt sich die Seiten hoch. Weißt du, was ich meine? Andere wollen die weg haben, Digga. Er geht nach oben und zur Seite gelt er auch, Digga. Max! Ich stehe da einfach so... Alter! Alter, Lukas! Okay, ganz kurz. Dass der das ernst meint, kann mir niemand erzählen, Digga. Inscope hat es zu dem nachgemacht, das Buch, Digga. Das aufgeschlagene Buch, den Scheitenseitel. Komm, ein Valorant-Fail, schauen wir uns da an. Uff. Weiter, weiter, bitte noch. Let's go. Digga, diese Haare. Lukas. Lukas. Lass bitte abbrechen. Ich bin hier raus, Leute. Kann diesem Mann jemand einen anständigen Friseur bringen? Ey, bei 10.000 Likes lasse ich mir auch so einen Bart wachsen. Oh, Leute, ihr habt es gehört. 10.000 Likes auf dieses Video. Lukas lässt sich so einen Bart wachsen. Dauert dann ungefähr 10.000 Jahre, aber... Ist egal, du siehst dann noch durch, ne? Perfekt, Leute. Das war's für diese wunderschönen Videos. Schaut auf jeden Fall gerne bei Evive vorbei und bei Trimax. Das war's. Ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Es war wieder too much. Ja. Wir hören uns. Irgendwann dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.